Wir sehen bei der Ballungssprung von der Moritz-Kotztau. Derzeit ist in der Sprung der 2.1, der tritt heute Abend um eine Riesenskarte. Komm Fabi! Komm Fabi! Komm Fabi! Komm Fabi! Komm! Komm Fabi! Komm Fabi! Komm Fabi! Komm Fabi! Komm Fabi! Das gewinnt Lötchenhoff von der Sekunden 79,80 Sekunden. Vielen Dank.